Eine Runde Star Wars Battlefront mal wieder, und ja, wie ihr vielleicht schon gelesen habt, stand auch mal in der Kanalbeschreibung, dass ich am Wochenende nicht wirklich Zeit hatte für YouTube, weil ich unterwegs war. Ich hoffe, das geht klar für euch, ich meine, warum nicht? Und ja, ich weiß gar nicht, ich glaube Folge 9 ist das jetzt, ja, Folge 9 sollte das sein. Und ja, auf jeden Fall war ich ja noch nicht mehr unterwegs, war richtig geil. Und ja, wir gucken, wie ich jetzt, äh, das Spiel in der Runde, heute mal ohne Musik. Und ja, ich hab Bock auf Helden-Modi irgendwie, ich weiß nicht. Helden-Modi ist irgendwie so, keine Ahnung, einfach im Gegensatz, das macht mehr Spaß bei dem normalen, ist halt einfach ein Rumpalern, aber hier hast du schon irgendwie so Helden und so, ist irgendwie geil. Ich weiß nicht warum. Mal gucken, wie lange die Runde ja geht. Ich hör mal, die geht etwas länger. Nicht, dass ich dann wieder, keine Ahnung, nur 5 Minuten aufnehme. Wir haben übrigens grad Sonntag, falls ihr euch fragt, also am Montag kommt es dann wieder hoch. Ne, was laber ich für ein Scheiß? Äh, heute ist Montag. Richtig, heute ist Montag, äh, morgen ist Dienstag, da kommt das dann hoch. Dann hab ich ja eigentlich heute nichts. Na gut, ich komm aber auch später, kam ich erst am Sonntag. Naja, äh, es lädt grad wieder ein bisschen lang, ich weiß nicht, warum das liegt, das ist ja wie gewiss. Ja, gut. Grad, wenn ich davon rede, funktioniert jetzt. Aber ich will sagen, ja, bist, das, äh, hat ja manchmal irgendwie was. Und, äh, bis ein, bis ein bisschen, lebt ein bisschen länger. Boah. Okay, eine Runde, das die bestimmt. Achso, eigentlich, man scheint ja eigentlich relativ selten mitten in einer Runde. Und, äh, eigentlich beginnt ich. Ich glaub, da kann ich das liegen, dass die extra so gewartet haben. Also, wenn die vorbei sind, grad losgingen, haben die mich reingemooft. Uh, ne, was? Anrichten vom Schaden her. Ne, da hab ich auch gar keinen Bock, was anzurichten, wenn ich ehrlich bin. So, gut, das war's auch schon. Glück gehabt. Jetzt muss ich schon wieder weg. Das haben die Verstörsern da oben. Das seh ich mir keine Karte. Wollte ich immer gerne wissen. Oh, einer ist schon weg von uns. Das ist nicht so gut. So, jetzt. Radar. Och, Mann. Ich hab den nicht gesehen, was ich von der Seite kam. Ich hätte den sonst noch mit weggeholt. Versucht zumindest mit dem Geschwitz. Aber, sollte nicht so sein. So. Aber bei uns ist ja immer noch Han Solo da. Und der ist... Nicht so der Beste. Also, die Runde wird gleich vorbei sein, genau. Naja, immer wenn ich jetzt hält, dann nehmen wir die Runde gewinnen. Ich weiß nicht, wie ich nicht spiele. Ich glaube, ich spiele immer wieder in Lichtschwert. Ohne, ne. Macht schon mal gar wieder. Ich mag ihn, der ist richtig geil. Der macht so viel Schaden, ne? Aber ich glaube, sogar mit Lichtschwert wäre ich jetzt besser gewesen als Luke. Egal. Mit seinen geilen Füßen, ne? Ja, die ist halt zwei Meter groß oder so. Ach ja, das war ja... Was macht das ja noch mal? Ah, starker Panzerraum. Ist das okay? Wenn ich ja überhaupt erstmal ein paar Gegner finde. Oh, das ist Nummer 1. Was ist denn das jetzt gewesen? Ihr habt das gesehen, Leute. Mein Team ist einfach inkompetent und dumm, Alter. Ich schaue, dass die alle auf alle gehen, ne? Wartet mein Team da an. Kann ja so sein, aber die mit seiner Tränen leer. Die kann ja generell gar nichts, die Lea, ne? Das ist wirklich der schlimmste Held im ganzen Spiel. Die kann 0. Mann! Ich wollte Lacka fahren. Sonst war ja nichts Schaden. Manchmal so, wow. 0-3, ich habe halt keine Chance, dass mein Team ist übelst kacke. Die passen ja nicht auf. Eigentlich muss man mit allen drauf gehen. Aber ich war der Einzige, der da drauf gegangen ist. Sie wurden alle neutralisiert. Warte mal. Sie sind alle tot. Lea, Luke Hall. Sie wurden alle neutralisiert, ne? Lea, Luke Hall. Bei den, äh... Ist aber auch irgendwas falsch. War Chewbacca. Äh... Der gut, ne? Sind die anscheinend ganz schön dumm gewesen. Na komm. Wie schwer kann das denn sein, einen Scheißhelden zu nehmen? Och, so. Das Imperium macht Jagd auf wichtige Mitglieder der Allianz. Ihr bürgt hier für ihre Sicherheit. Ach, wenn Chewbacca das macht, kriege ich auch starke Ponson. Ach, geil. Uuuh, ah, was war das für ein Gummi das Vieh. Ach, jedenfalls gönnt sich das. Es muss auch die Zivilterstände sein, denn wir sind auf den Schwefel. Aber der Kreuzer da oben ist schon echt geil. Ich bin gerade voll geflasht, irgendwie noch von der Landschaft. Ich soll da aber echt mal aus diesem Pass ein paar Maps für euch spielen. Habe ich noch gar nicht gespielt. Oh, den macht er kaputt, der Beser. Ne. Uh, gar nicht. Perfekt. Komplett in der Schlacht gespawnt. Das ist schon mal scheiße. Ja, leck mich, 05, Alter. Kannst jetzt deine Roma erzählen. Da kommt letztendlich los. Ja, ich habe ja gerade keinen Jetpack, ne? Muss jetzt dahinter latschen. Aber, ähm, es kommen heute noch an, oder? Was soll ich denn machen, wenn ich nicht abschießen kann, weil das Scheiß den abkühlen muss, Alter? Boah, da könnte ich ausrasten, 06, ne? Die Runde ist wirklich richtig schlecht gerade, aber ganz ehrlich, was kann ich denn dafür? Und mein Team, die ja die ganze Kacke macht. Und man kann nur als Held eigentlich Geld machen, sonst ist das so gut wie unmöglich. Ja, Leia wird verlieren gegen Darth Vader, Alter. Gar keine Chance. Komm, Horus. Wow. Und dann sagt er, ja, gar keine Chance. Das hat es schon verloren. Ne, hä? Alles klar, wir haben es gekriegt. Ist gut, jetzt kann ich nämlich, äh, Held nehmen. So, wen nehme ich denn da? Ich nehme einfach mal Lug. Ich habe zwar die ganzen anderen Helden, manche noch nicht mal getestet, sind da dran so lustig. Verstehe ich jetzt nicht. Ich will den auch mal nehmen, weil du bist eigentlich richtig gut. Ja, noch lacht, ja, gleich kriegt der übelst auf die Fresse. Oh, jetzt sind da aber eine Kacke. Komm, komm. Der ist weg. Der ist auch weg. Oh, den haben die leider erwischt. Weil ich habe auch nicht Schaden verursacht. HP. War eine rote Wache. Komm, Ben. Okay, zwei geholt, das ging schon mal ganz gut, jetzt in die Runde. Obwohl, die Rundmache hätte ich auch noch gekriegt, aber es ist ja vorbei. Ja, ich sag ja, wenn ich einmal dran bin, die Läse sind eigentlich richtig geil. Braucht es die jetzt hier eigentlich gar nicht so für die Helden. Weil es gibt schon echt geile Helden, so. Unsere hochrangigen Mitstreiter haben oberste Priorität. Ich fliege. Ich weiß nicht, warum ich da mitgelegt habe. Brauche ich eigentlich gar nicht. Hallo? Ich stecke fest. Na gut, das kann man ja schon mal mitnehmen. Ich schweig so mal kurz viel. Perspektive. Das regt mich jetzt schon wieder auf, ne? Einfach weil ich nicht mehr weiß, was das für ein Scheiß. Ich hätte ja mehr... Oh, nee, ich hätte meine R-N-A-F-Geld nehmen können, habe ich aber nicht drei Stunden. Das kann alles scheißen. Das kann ich nicht mehr so gut sein, wenn man sich nicht ganz doof einstellt ist. Eins, zwei, zwei, ich habe es auch geschafft. Ach, leul, Alter, ich finde es wieder abgesagt. Ich weiß gar nicht, was ich schiebe, weil ich mir halt vor Schaden geholt habe. Ich habe schon den Punkt bekommen. Ach, schön, dass er geklaut wurde. Ja, vielen Dank, ich liebe dich. Nee. Ja, da ist gleich tot. Aber ich spritze noch ein bisschen hin. Oh, die Geräusche sind aber nicht so lecker noch. Wenn der da drin steht, verputzt wird er schon ganz schön. Warum müssen... Achso, weil der den hatte, ist schlecht lese. Ja, gut, jetzt spiele ich wieder und du, muss ja alles, ne? Ja. Wählen die mal. So, jetzt aber. Okay, äh... Weiß ich jetzt nicht mehr, wie der Scheiße da wird und ausatmen muss, der eine. Scheiß Post. So, habe ich schon mal Nummer 1. Komm, hier. Ach, jetzt hat er da den geklaut, oder wie? Ja, geile Scheiße. Ich weiß doch nicht, wo hier was steigt. Die Dober hat keine Chance. Und dann... Trotzdem spiele ich hier. Ja, hier. Da. Nee, wo ist mehr hin? Da. Und hier, zwei ... ... als Lug. Keiner heilen zu viel, wie er will. So. Ja, protect me. Was hat er denn jetzt wieder von den Helden rausgesucht? Pass auf. Was sind die Helden gerade? Ah, das Ding ist so geil. Schützen, um das Imperium in die Krise zu zwingen. Ich spiele da jetzt mal kurz hoch und das... Ach, ist das geil. So. Was ist denn das ja eigentlich, Frau Bessinger? Oh. Okay, ist doch lustig. Was ist das funktioniert? Hätte ich eigentlich nicht gedacht. Ich hoffe eigentlich, dass wir die Runde mal verlieren, dann kann ich schon noch eine Runde mit Dings machen. Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, da hörst du dich, Kumpel. Ja, gut, ne. Der hat's auch ein bisschen übertrieben zum Blaster da. Ja, gut. Ich glaube, wir gewinnen das. Komm schon. Ja, das gewinnt, Mann, Alter. Das ist ja noch irgendwo. Ich warte, bis die den übelst runtergemacht haben. Oh, Mann. Na gut, 3-11 gegen, schon klar, eigentlich die Runde. Muss man schon echt sagen. Auch wenn zwei Runden nur wegen mehr geworden sind. Ich glaube, da sein Team so runter macht, der was selber nicht mehr wirklich gut. Oh, ja. Oh, ich bekomme eine ganze Menge an Punkten. Ja, 608 Credits. Das geht schon klar. Ja, so habe ich vielleicht auch irgendwann mal. Naja. Na, ich wollte gar nicht beitreten. Ich wollte raus. So. Und ich würde sagen... Ja, ich warte noch, bis die Musik vorbei ist, weil das gerade ein bisschen unpassend ist. So. Genau. Und damit würde ich nur sagen, war es das schon wieder mit der Runde Star Wars Battlefronts. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.